Strompreis in Deutschland – 14,88 Euro pro Megawattstunde Gaspreis fällt auf sechs Monats tief, Strompreis wird negativ. Absurde Situation. Von Markus Fugmann Der Gaspreis für Europa fällt auf den niedrigsten Stand seit sechs Monaten, da ein neuer Atlantiksturm für ungewöhnlich warme Temperaturen sorgt, die Windenergieerzeugung ankurbelt und damit den Preis für Strom negativ werden lässt. Darüber berichtet Bloomberg. Gaspreis fällt, Sturm und warme Temperaturen Die Benchmark Futures TTF fielen um bis zu 6,4 Prozent und damit auf den niedrigsten Stand seit Juli. Der Intraday-Strompreis in Deutschland wie auch in Frankreich fiel für mehrere Stunden unter Null. Sie fallen ins Minus, wenn das Angebot die Nachfrage übersteigt. Eine eigentlich absurde Situation, dass die Abnehmer von Strom sogar Geld dafür bekommen, dass sie den Strom abnehmen. Orkanartige Winde, die der Sturm Ischer mit sich brachte, beeinträchtigten den Reiseverkehr in Nordeuropa und führen in einigen Gebieten zu Stromausfällen, so in Irland. Dennoch bietet die erhöhte Windenerzeugung eine gewisse Erholung für die Energieversorgung der Region nach dem jüngsten Kälteeinbruch. Einige Modelle deuten auf ein für die Jahreszeit ungewöhnlich mildes Wetter bis mindestens Anfang Februar hin. Sie wollen mehr darüber erfahren? Den vollständigen Artikel können Sie auf Finanzmarktwelt.de lesen.